Musik Willkommen in der Kanzlei Jolige, Skana und Partner, die Spezialisten für die erfolgreiche Mandatsbearbeitung. Mit unseren Anwälten und Fachanwälten betreuen wir bundesweit Mandanten, fachkundig und individuell. Spezialisiert ist die Kanzlei Jolige, Skana und Partner unter anderem auf den Bereich Arbeits- und Verwaltungsrecht, speziell das Beamtenrecht. Dabei vertritt die Kanzlei hauptsächlich Arbeitnehmer und Beamte. Ich bin Eckhard Jolige, ich bin seit beinahe 20 Jahren als Rechtsanwalt tätig und von der Rechtsanwaltskammer Berlin als Fachanwalt für Arbeits- und Verwaltungsrecht zugelassen. In meinen Schwerpunktbereichen Arbeitsrecht und öffentliches Dienstrecht vertrete ich vor allem Arbeitnehmer, mittelständische Unternehmen, Beamte, Soldaten und Richter. Wenn auch Sie einmal Probleme haben, bin ich gerne bereit, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ein weiterer Schwerpunkt der Kanzlei Jolige, Skana und Partner ist das Verkehrsrecht. Hier kann Betroffenen bei der Regulierung von Verkehrsunfallschäden, bei Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in versicherungsrechtlichen Fragen kompetent weitergeholfen werden. Ich bin Sven Skana. Ich bin seit Jahren spezialisiert auf das Verkehrsrecht und das Verkehrsstrafrecht. Bei Ordnungswidrigkeiten und Drogendelikten droht häufig die Verhängung von Punkten in Flensburg, hohe Geldstrafen und der vollständige Verlust der Fahrerlaubnis. Ich helfe in enger Kooperation mit Verkehrspsychologen und in Zusammenarbeit mit MPU-Instituten, den Führerschein entweder schnellstmöglich wiederzuerlangen oder die Entziehung bereits zu verhindern. Auch in Verkehrsunfallangelegenheiten stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. In Kasko-Schadenangelegenheiten helfe ich, die ungerechtfertigten Schadenkürzungen der Versicherungen zu verhindern. Ich freue mich, Sie unterstützen zu können. Weiterhin ist die Kanzlei Jolige Skana und Partner im Sozialrecht in allen Zweigen der Sozialversicherung tätig. Und zwar sowohl für Verbände, Leistungserbringer wie zum Beispiel Krankenhäuser und Ärzte, als auch für Versicherte, Behinderte und Leistungsempfänger. Zusätzlich können Sie sich in vertragsrechtlichen Angelegenheiten wie Miet- oder Kaufrecht an die Kanzlei wenden. Ich bin Manja Kröckel und stehe Ihnen im Sozialrecht zur Seite. Zum Beispiel bei der Bewilligung von Arbeitslosengeld I in Folge von Aufhebungsverträgen oder gerichtlich geschlossenen Vergleichen nach dem Ende Ihres Arbeitsverhältnisses. Darüber hinaus stehe ich Ihnen rund um die Themen Arbeitslosengeld II, Krankengeld, Erwerbsminderungsrente oder auch bei der Durchsetzbarkeit von Schwerbehindertenrechten zur Verfügung. Ferner bearbeite ich auch vertragsrechtliche Angelegenheiten. So erarbeite ich Verträge oder werde tätig, wenn es nach Vertragsabschluss zu Problemen kommt. So beispielsweise im Miet- oder Kaufrecht. Lassen Sie mich auch Ihnen helfen. In der Kanzlei Jolige, Skana und Partner sind Sie nicht nur ein Fall oder eine Akte. Hier wird auf Ihre individuellen Angelegenheiten eingegangen. Mandanten erhalten Unterstützung durch juristische Kompetenz und Hingabe. Vertrauen Sie den Spezialisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017